hallo youtube kommt zu einer weiteren episode von pokémon und wir sind wohl jetzt endlich in der siegestraße hat sich irgendetwas an dem team geändert, Muster Schelf, Valkyrie, Obelist, Slav ist das ein Five Headed Dragon? Das ist Cerulean Cave Warte mal, ist das Mewtwo? Der Meister war immer nur Noob Die Stadt waren die Monster eigentlich in der Zugehöhle Wie wäre es, wenn wir mal hier ein bisschen Repelst, glaube ich, nehme ich an, aber Ich denke einfach, dass unser Pokémon zu schwach ist So Ich hatte schon gekämpft So schönes Repel Ich kann jetzt mal Das carry ich mal Ist das ein Rigby Road too dope? Was? Was ist der Lust da? Ist das Victory Road too tough? Achso, weil er mich trottelt Mudball Man bric break wird er richtig reinzimmer sagte sollte ja richtig reinzimmern so ein nase verstopft ist wirklich jetzt nur einmal vor mann ich habe es gar nicht mehr was das war das hagelsturm ich hoffe du es ist wert change of heart hieß es nicht change of heart wofür ist das co conversion of heart oder alter so dafür die fixe flügel an noch einmal so nase ist doch schock boah snatch weiß gar nicht was es macht noch sei weg ist das wie ich relinquish lassen wir mal drin müsste schärfe gleich gecheckt welcher tanken links kann glaube ich sammelskull ja ich meine fünf glatter drache also ich hätte hier hat genannt weiß noch einer warum schreibt sie kommentare ist ob ich das tier und genannt hätte so sehr schön lerne aus ja ist kein problem perfekt dann mal sehen was hier abgeht wir haben es vergessen ein moment so türiere verletzt max real life ja das ist praktisch in der tat muss das ding überhaupt hin hitze kohle ist das glaube ich nur das cool so schieben wir jetzt mal weiter es war schön wie er max repel darauf wollte ich gar nicht aber muss wohl hat brother katz zu helfen wow da kommt man ja die wüste scheife raus naja aurora beam sollt ihr eine vierfach schwächer korrekt hier sollte aber wieder helfen weil es so flug ist wieder pumpen machen wäre oder es geht halt daneben oh gott So. Oh, unbelievable! So, I know my Godspec. I know. So, I know my Godspec. Oh, unbelievable! So, I know my Godspec. So, I know my Godspec. What the fuck? So, I know my Godspec. So, I know my Godspec. I know my Godspec. Okay. I know my Godspec. ob ich heute eigentlich nutzen ja das reicht auch so hätte ich wünsche mal welches jetzt ich machen soll welches game spielen soll was für videos allgemein wenn du mal wünschst die kommentare schreiben zeitlich das schaffe aber ansonsten sollte ich gehen und du bist jetzt über zwischaden machen schade wow ich liebe dieses geräusch der leftovers der schade b u e ist das blue ice ultimate dragon überlebt das heute zum glück jetzt kommt man in aurora strahl das selbe spiel noch mal ich hoffe jetzt ich nehme so so Aurora Bean xyz dragon canon ja da wächst sich auf obelisk den reiniger ob der earthquake einsetzen kann so also das ist die fahre z gott ich glaube da reicht der eisbeam sehr gut alter so perfekt scheißflieger oh so strong ja danke ich geh jetzt ich moidi die 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 fuck alter Alter! Warum müssen die alle so 5 fucking Monster haben? Langsam nervt das. Jerry Beans, meine Allah. Ich glaube ich habe gekloppt. So, das hat zum Glück gereicht. Rüran. Kommt jetzt die Drachen im Pokémon. Rüran ist der Ding, ne? Feuer. Ah fuck. Seriously? Alter. Geh doch jetzt. Verschwende nochmal meiner Zeit, man. Jetzt verreck! Fuck. So, endlich. Music King. Was war das? Keine Ahnung, Schreuzer, Flammburg. Ah fuck. Ah fuck. An dem Tag, die Scheiße. An dem Tag, die Scheiße. So. Ja. Aua. Ja. Das war die Scheiße. Erg. Hatte. Ah. Ah. Yunger. igern. Inferme. Inferme. so ja das ist das war so durch halle fucking julia das macht mir hier auch keine rätsel so jetzt haben wir uns beleben und sogar zu schütt haben wir jetzt auch hier langsam rein zurück gegen die verdiener es ist einfach Pegasus ich musste einfach mal kurz ihn ansprechen mit diesen worten überlasse ich euch marco und ich wünsche euch viel spaß bei der nächsten folge und mit diesen worten überlasse ich euch marco und ich wünsche euch viel spaß bei der nächsten ups tschau tschau